Hey Leute, erinnert ihr euch noch an das Jahr 1931, als Österreich das allererste Mal Weltmeister wurde? Oder 1963, als die niederländischen Antillen plötzlich Fußball-Weltmeister wurden? Oder 2005, wo Zimbabwe bis ins Finale kam und den Titelverteidiger Angola mit 2 zu 0 besiegte und dann auch Weltmeister wurde? Wenn ihr euch an nichts mehr erinnern könnt, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Denn die von mir aufgezählten angeblichen Fußball-Weltmeister waren zwar nicht FIFA-Fußball-Weltmeister, sondern waren die Turniersieger eines fiktiven Wettbewerbs, der den Namen Onofficial Football World Championship, kurz UFC, trägt. Was das für ein Wettbewerb ist und wie dieser funktioniert, zeige ich euch im heutigen Video. Also bleibt dran. Die Onofficial Football World Championship, in deutsch inoffizielle Fußball-Weltmeisterschaft, ist ein fiktiver Meisterschaftstitel im Herrenfußball. Wie der Name schon verrät, wird dieser Titel gemäß seiner Definition nicht offiziell vergeben, wird auch nicht von der FIFA offiziell anerkannt und gilt als alternative Spielerei für fußballverrückte Nerds. Nicht nur Deutschland, Brasilien oder England wurden schon mal inoffizieller Fußball-Weltmeister, sondern auch Länder wie Peru, die Schweiz, Georgien, Israel, Australien und auch die Türkei. Länder, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Aber wie funktioniert denn dieser Wettbewerb? Welche Mode spielt man und wann darf man sich inoffizieller Fußball-Weltmeister nennen? Die Onofficial World Championship klingt zwar wie ein unseriöser Gammel-Wettbewerb, wo jeder, der nachfragt, gleich den Titel erhält und wo es kaum einheitliche Regeln wie ein sinnhaftes System existiert. Allerdings stimmt das nicht, denn die Onofficial World Championship folgt ganz klaren Regeln und ein System, die weiter hinausgehen als die erste FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay. Die Grundlage ist das erste Länderspiel überhaupt 1872 zwischen England und Schottland. Das Land, das das erste Spiel gewann, war dann auch der erste inoffizielle Fußball-Weltmeister. Weil aber das Spiel mit einem 0 zu 0 Unentschieden endete, wurde der Titel erst ein Jahr später an die Engländer vergeben, die beim zweiten Länderspiel überhaupt Schottland mit 4 zu 2 in London besiegten. Seitdem funktioniert das wie bei Profiboxen. Wenn er den Weltmeister besiegt, ist neuer Weltmeister. Bei einem Unentschieden regiert der Titelträger souverän weiter. Also er muss den Titel jetzt nicht weitergeben, sondern er darf auch wie bei einem Sieg den Titel weiterhin behalten, bis er das nächste Spiel verliert. Damit ihr es besser nachvollziehen könnt, wie das ganze System und der Modus so funktioniert, zeige ich euch es anhand eines Beispiels. Bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien reiste die Uruguayische Fußball-Nationalmannschaft als amtierender inoffizieller Fußball-Weltmeister an. Nach der 1 zu 3 Pleite in der WM-Kruppenphase gegen Costa Rica ging der Titel dann an Costa Rica. Die Costa Ricaner behielten den Titel zwar paar Tage, aber nachdem sie im Viertelfinale gegen die Niederlande verloren, ging der Titel ab dann an die Niederlande. Die Niederländer behielten ihn nur sehr kurz und mussten ihn direkt danach an Argentinien abgeben, die dann wiederum im WM-Finale gegen Deutschland 1 zu 0 verloren und Deutschland nicht nur offizieller, sondern sozusagen auch inoffizieller Weltmeister wurde. Lustigerweise ging der Titel ein Spiel weiter wieder in Argentinien, weil zufälligerweise gab es nach der WM ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien, das Deutschland mit 4 zu 2 verlor und der inoffizielle Weltmeistertitel wieder in Argentinien zurückging. Der Titel ging dann weiter über Brasilien, dann am Ende an Kolumbien, wieder in Argentinien und dann an Chile und so weiter und so fort, bis er jetzt am Ende an den aktuellen Titelträger Frankreich angekommen ist. Aber wie kam es zu dieser Idee? Lange Zeit wurde Fußball hauptsächlich auf der Insel in Großbritannien gespielt. Der Sieger in der British Home Championship, also ein Wettbewerb für Nationalmannschaften auf dieser Insel, wie England, Schottland, Reels, Irland und so weiter, wurden damals als beste Mannschaft der Welt angesehen. Als dann die Fußball-Weltmeisterschaft 1930 geschaffen wurde, war dies neben Olympia der nächst höhere Fußball-Wettbewerb. Anfangs taten sich britische Nationalmannschaften, die früher als eine der besten der Welt verehrt wurden, schwer. Und bei deren ersten Fußball-Weltmeisterschaften 1950 bis 1962 kamen sie nicht mal unter den letzten vier. 1966 aber wurde England als erste bis heute einzige britische Mannschaft Fußball-Weltmeister und waren somit auch die beste Fußball-Nationalmannschaft der Welt. Jedoch sahen es die Schotten anders. Denn als diese den amtierenden Weltmeister am 15. April 1967 mit 2 zu 3 besiegten, vertraten viele Schotten die Auffassung, sie seien nun legitimer Weltmeister, wenn nicht auch inoffiziell. Genau diese These vertrat auch ein schottischer Fußballfan, der 2002 in einer britischen Radiosendung anrief und diese vorstellte. Der Gedanke vom schottischen Fan wurde daraufhin von der Zeitung The Guardian aufgegriffen und 2003 erschaffte dann der Journalist Paul Brown die UFVC-Webseite. Dort wurden alle bisherigen offiziellen Fußball-Länderspiele der Männer chronologisch aufgelistet und nach einem K.O.-System ausgewertet. Der den inoffiziellen Weltmeister in einem Länderspiel besiegt, ist der neue inoffizielle Fußball-Weltmeister. Diesen Titel behält man so lange, bis man das nächste Spiel verliert. Dann geht es an das Land, das den inoffiziellen Weltmeister besiegt hat. Wenn ihr wissen wollt, wer der Rekordsieger des Wettbewerbs ist, ist es Schottland, die am meisten und am häufigsten diesen Titel bekommen haben. Danach kommt, glaube ich, England und danach die Niederlanden. Ja Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Thema gefallen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem fiktiven Wettbewerb gerne in die Kommentare. Schreibt auch mal gerne dazu, ob ihr diesen Wettbewerb schon mal kanntet vor meinem Video oder ob ihr den schon mal zumindest gehört habt oder ob ihr nach diesem Video das das erste Mal gehört habt. Ja, alles gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr noch mehr über diesen fiktiven Wettbewerb wissen wollt, sind alle Quellen in der Videobeschreibung verlinkt oder wie MrWissen2Go sagen würde in der Infobox. Liken und abonnieren nicht vergessen. Die Glocke auch nicht. Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.